In diesem Video zeige ich dir fünf praktische Ideen, was man alles mit alten Fahrradschläuchen anstellen kann. Alte Fahrradschläuche bestehen aus Butylkautschuk und lassen sich zwar sehr gut recyceln, man kann sie aber aufgrund ihrer guten Eigenschaften auch ganz gut für andere Dinge verwenden. Da das Material zum Beispiel sehr gut dichtet, kann man sich daraus auch ideal eigene Dichtungen rausschneiden. Vor allen Dingen, wenn man gerade mal keine passende Dichtung zur Hand hat oder eben eine ganz spezielle Dichtung braucht, kann man gut auf alte Fahrradschläuche zurückgreifen. Ich habe mir hier eine Dichtung zurechtgeschnitten und das Ganze mal an einem Abfluss ausprobiert. Bei meinem Test hat die Dichtung ihren Job auf jeden Fall erfüllt und alles ist dicht geblieben. Kann man also durchaus so machen. Fahrradschläuche sind außerdem auch extrem flexibel und dehnbar und wenn man das Ventil abschneidet, kann man sie daher auch gut als Spanngurte oder als Transportsicherung benutzen. Man kann dann entweder Haken an die Enden dran machen oder den Schlauch einfach so am Rad festknoten. So kann man dann zum Beispiel spontan größere Dinge auf dem Gepäckträger transportieren oder andere Dinge damit zusammenbinden. Kleine Stücke Fahrradschlauch eignen sich auch hervorragend, um sie unter Schellen oder Klemmung am Fahrradrahmen zu befestigen, weil so kann man die Abstände an lockeren Schellen ausgleichen oder damit eben auch den Lack vor Kratzern schonen. Oft wird auch bei Mountainbikes als günstige und effektive Methode ein alter Schlauch um die Kettenstrebe gewickelt, um den Lack dann vor Beschädigung der schwingenden Kette zu schützen. Tatsächlich kann man alte Fahrradschläuche auch super als Flicken benutzen, um ein Loch in einem kaputten Fahrradschlauch zu reparieren. Dazu schneidet man sich als erstes ein passendes Stück aus und benutzt dann die Außenseite, also die, wo kein Pulver dran ist. Dann rault man die Außenseite und die Stelle um das Loch am kaputten Schlauch an und gibt dann SOS Vulc Vulkanisierungslösung um das Loch am kaputten Schlauch und wartet sogar fünf Minuten, damit sich das Gummi anlösen kann. Dann drückt man den selbst gebastelten Flicken darauf und presst ihn mindestens eine Stunde an dieser Stelle ran und danach sollte das Ganze gut dicht sein. Und was soll ich sagen? Die gepflegte Stelle ist auf jeden Fall dicht und ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das klappt. Kann man also auf jeden Fall auch machen. Mit einem alten Fahrradschlauch, einer Kette und einem Vorhängeschloss kann man sich auch schnell ein Fahrradschloss bauen und der Schlauch dient dabei als Ermantelung, die den Lack schont und gleichzeitig Geräusche dämpft. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass gerne ein Like oder einen Kommentar da und weitere Videos zum Thema Fahrrad findest du hier.